was geht ab freunde herzlich willkommen zurück mit corny money wir sind mal wieder zu besuch bei unserer lieblingsdame ok ich muss wieder ein bisschen reinfinden ihr merkt schon neue aufnahmesession wir sind auch wieder im dunkeln unterwegs deswegen hier mit komischer belichtung beziehungsweise einmal mit dem zimmerlicht ich bin leider nicht professionell wo steht die dame jetzt wo bist du alle guck mal her das ist schon schön natürlich wäre schöner aber was weiß ich doch gehen wir ein boot fahren heute ich dachte eine bootsfahrt würde dir gefallen ja tut es auch ich glaube wir kriegen ärger weil wir schlecht sind kann es sein jetzt fahren wir einmal im kreis oder was ich habe einen ruder davon selber ich dachte ich muss das jetzt die ganze zeit machen ach du und der regenschirm ach du junge dame ich liebe diesen ort ja alles ist so ruhig und friedlich weit entfernt vom lärm der welt du hast die welt kaputt gemacht was hast du rausgefunden ich ging in den club wir lassen mal hängt daraus hängt unser body das ist enttäuschend wohl noch eine verpasste gelegenheit so ist es halt nö bleib bestehen sagt die dann was nö du wirkst verloren mhm nö ich bin frustriert wegen der fehlenden fortschritte aber ich will meine mission unbedingt abschließen genau dafür sind wir da dafür sind wir programmiert worden zeig's dir Connor wenn deine untersuchung nicht bald fortschritte macht muss ich dich vielleicht ersetzen nee nee wir sind zuversichtlich ich werde erfolgreich sein ja doch das geht nur wenn ich die zeit habe wir haben eine schöne haarlocke etwas ist im gange ja etwas ernstes ich weiß was beeil dich Connor ok die zeit läuft uns weg let's go ich habe gerade kurz geschaut ich glaube einer meiner nachbarn baut mal wieder um zumindest da ist hier die ganze zeit so ein bisschen aber ich hoffe ey Hank beruhig dich Junge tut mir leid Lieutenant ich glaube man hört es nicht deswegen alles gut aber oh wir sind ah wir sind an dem Tatort ja du warst besoffen also stecken alle ihre Nase rein sogar das FBI möchte mitmischen ach scheiße jetzt sitzen uns die Feds im Nacken ich wusste doch dass der Tag beschissen werden diesmal machen wir es gut diesmal machen wir es gut auch wenn es quasi gegen unsere Homies ist Sie waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Hui. Ein Fieberburger klingelt. Sie griffen auf dem Flur zwei Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Wir haben sie überrascht. Ja, der Mitarbeiter des Senders konnte entkommen. Er steht unter Schock. Ich weiß nicht, wann wir mit ihm reden können. Hm. Ist einer gestorben? Nur zwei Angestellte und drei Androiden. Die Abweichler nahmen die Menschen als Geiseln und sendeten die Botschaft live. Dann verschwanden sie über das Dach. Hm. Das Dach? Ja, sie hatten Fallschirme. Wir versuchen herauszufinden, wo sie gelandet sind. Wir hören uns das Piefing weiter an. Einer der Abweichler. SWAT hat ihn erwischt. Wirklich schade, dass sie nicht lebend festsetzen konnten. Ja. Wenn du dir die Videobotschaft der Abweichler ansehen willst, sie läuft auf dem Screen da drüben. Okay. Wir prüfen das Dach. Oh, da ist er. Oh, Lieutenant. Das ist Special Agent Perkins vom FBI. Oh, verpiss dich. Zeig's ihm. Danke. Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Androiden gegen Androiden. Es sollte wirklich ein android hier sein. Nachdem was passiert ist. Ja. Connor ist ein Mensch. Wie alberlich die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr ihr Fall. War mir eine Freude. Schön Dank. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Junge, Henk. Box ihn. Komm. Du wärst für ein mieses Arschlach. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Okay. Hey. Sag mir Bescheid, wenn du was schaffst. Okay, Lieutenant. Doch sie ist auch eine Wahrne. Unsere Sache ist gerecht. Und wir werden um diese Rechte kämpfen. Hm. Kein Mensch wird in Frieden leben, bis wir frei sind. Ihr wisst jetzt, wer wir sind und was wir wollen. Wir sind lebendig. Und wir fordern unsere Freiheit. Er denkt sich gerade, ja. Nein. Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Oh. Ist Markus wirklich RA9? Ist der quasi der... Ah, stimmt, jetzt ist das Ersatzteil, ja. Pupillenreflexion. Oha, nice. Sieht man das hier aber auch? Hm, nee. Oh, was ist hier noch? Ah, die Nummer registriert als Markus. Das ist Geschenk von Elijah Kemsky an Karl Manfred. Okay. Hast du was gesehen? Ja. Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Der ist sehr menschlich schon geworden, ne? Als ob man an Druid so zögert, weil er nachdenkt. Da muss es ein sehr schlechter sein. Mit sehr schlechter Leistung. Ha. Na gut. Hier kann man noch ein paar Sachen angucken. Schauen wir das mal. Findet man hier was? Okay, da sieht man alle auf einmal. Sie sind nicht eingebrochen. Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Hm. Komisch. Ja, aber die waren noch verkleidet, oder? Fällt jetzt nicht so auf. Okay. Befrage die. Nein, ist die Küche. Hier ist noch irgendwas. Ach, die Einschusslöcher, ne? Handfeuer, Waffe. Das war von den Bullen. Ah ne, das war von den... Wer hat ihn von denen geschossen? Doch, manche habe es gar nicht mehr im Kopf. Okay, was gibt es hier noch? Da gibt es noch einiges. Ich würde sagen, die Befragung machen wir als letztes, ne? Ich möchte heute nicht verkacken. Ich möchte alles mitnehmen, was geht. Rede wurde... Aha. Da ist der eine Tote. Thomas. Ne, wie hieß er? Der Mist gemeldet. Hm. Der war in Jericho. Der wurde erschossen. Wer bist du? Ach ne, das sind nur die Einschusslöcher. Diesmal von den MG's von der Polizei. So ein Schuhengewehr. Hm. Was fehlt noch an Informationen? Hier. Und an der Wand. Was liegt da? Was ist das? Ach, die Cap. Die Stunde war zu... Ja, das... Genau. Das ist es. Die waren getarnt. Ist ja auch nicht dumm. Ruf. Ja, klar. Können wir gleich hoch. Gehen wir erst aufs Dach oder erst Befragung? Ich glaube, erst Befragung, oder? Das war auch vom Stumengewehr. Da haben sie halt nochmal aufs Dach gefeuert. Dann, okay. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal befragen. Jetzt wird es ernst. Jetzt wird es ernst, Freunde. Sind wir noch so gut? Wir waren noch nie gut. Sind wir jetzt besser geworden? Sehen alle gleich aus. Da darf man es wenigstens sagen bei Androiden. Achso, ich dachte, wir müssen da jetzt so ein richtiges Verhör machen. Okay, warte. Nenne dein Modell. Modell JB300. Seriennummer 336-445-581. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Hm. Wagen erst mal ganz locker. Ich weiß es nicht mehr. Pat. Du hast noch einen Spalter. Nicht so weit ich weiß. Okay, warum guckt der so nervös? Geht der auch so? Alle Systeme voll funktionsfähig. Der eine ist der einzige, der so zur Seite guckt immer. Ja, ja, ja. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Ja, du bist das. Und ich werde herausfinden, wer es ist. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Guck, ach du, guck, der guckt, das ist der. Das ist der, hundertprozentig. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören. Verstehst du? Zerstören! So kurz, ob er schaut. Ja, er guckt, guck mal. Und guck mal, er guckt nämlich nicht. Und wir stehen ja genau in der Mitte, das heißt, er müsste eigentlich auch manchmal rüber gucken. Du bist das. Guck noch einmal rüber, dann beschuldige ich dich. Ja. Wir haben ihn. Ja, ja, ja. Der wird nervös. Wir prüfen den Speicher. Ich habe es gewusst. Ha! Let's go. Äh. Hä? Hä? Hab ich es geschafft? Let's go. Komm, komm, komm. Let's go. Oh mein Gott, ich bin nicht so gut. Komm, Junge, komm, Junge. Komm, 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 komm. Rein da. Oh. Wir haben es geschafft, oder? Scheiße, wo ist der hin? Da ist so viel Zeit verloren gegangen. Äh, Hank? Let's go. Let's go. Ich wollte dich nicht riskieren. Ah, scheiße. Du hast Leben gerettet. Ja, das stimmt. Du hast mein Leben gerettet. Danke, Hank. Ich wollte dich nicht riskieren. Ah. Aber in dem Moment gilt es, Hank zu schützen. 40% sind nicht viel. 40% sind nicht viel. Und dann schütze ich lieber Hanky. Die Frage ist, hätten wir das auch schaffen können, ohne dass der uns angreift? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich denke nicht. Ähm. So. Hank hat die Mütze konfisziert. Hatte das? Briefing haben wir angehört, ja. Oh, wir haben den Flur gar nicht untersucht. Ah, shit. Okay. Na gut. Ähm. Wir haben aber den Raum hier überprüft. Noch nicht alles, aber gut. Stimmt, wir waren auch nicht auf dem Dach. Scheiße. Wir hätten doch vorher aufs Dach gehen sollen. Ah. Freunde. Ah. Ich helfe Ihnen nur auf falsche Entscheidungen. Wir hätten aufs Dach gehen müssen. Doch vorher. Scheiße. Ich dachte, wir können danach nochmal. Ich wusste ja nicht, dass einer von denen so eskaliert. Na ja, auf jeden Fall. Küche betreten. Wir haben die befragt. Abweiche haben wir gefunden. Der hat auch angegriffen. Gut, dann greift der wahrscheinlich immer an. Der hat das Messer entfernt. Biokomponente zurückgeholt. Und Waffe gezogen. Hm. Und Abweiche erschossen. Wir haben immerhin das Massaker verhindert. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Aber ich hätte vorher aufs Dach gehen sollen. Shit. Na ja. Kann man nichts machen, Freunde. Den Rest gucken wir in der neuen Folge. Ey, das Spiel macht so Bock, ne? Das Spiel macht so Bock, ich sag's euch ganz ehrlich. Geil. Weiter geht's. Haut rein. Dann. Genau.